Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Tami, wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir eine neue Herausforderung, und zwar setze gegnerische Gebäude mit Feuer in Brand. Und ja, am besten ihr geht an diesen Ort hier, ganz genau hier, ganz genau hier. Einfach hier hingehen, dann einfach landen und das sind die Dinger. Also, ich weiß nicht, wie man die nennen. Auf jeden Fall, das sind Mücken, Feuermücken oder so. Also, einfach einsammeln, da habt ihr das. Und ja, ich sammle mal mehr davon ein. Ja, auf jeden Fall, es gibt hier sehr viele. Also hier zwei, hier drei, hier vier. Also vier reichen auf jeden Fall. Weil, wenn ich gut treffen kann und Schwierigkeiten damit habe, nehmt so viele ihr noch könnt. Auf jeden Fall, es sind hier, glaube ich, noch welche. Äh, hier einfach mal einsammeln. Ich nehme mal Zusatz, noch eins mit. Ähm, und Leute, ihr müsst das nicht auch nur mit diesen hier machen. Ihr könnt es auch mit einem Benzinkanister machen. Und einen Flammbogen, also einen Feuerbogen. Könnt ihr das Ganze auch abschließen? Perfekt. Hier hat einer, äh, einfach gebaut. Äh, wir werfen das mal. Und hier, es hat sich abgeschlossen. Ich hoffe, dass jeder hat euch geholfen und gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst die Glocke aktiv, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und ihr könnt auch meinen Crater-Code eintragen in den Itemshop. time-bc-gamer. Ich würde mich echt sehr, sehr freuen. Und ich würde dann sagen, sehen Sie uns zum nächsten Mal. Und tschaut, kommt rein zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal.